Hallo und Willkommen zurück. Wir machen dann gleich mal weiter. Oh, brauchen wir nicht. Hm, die Maus ist noch im Weg. So. Wir zerdeppern gerne mal den Schrank. Oh mein Gott. Sauber. Rekrutiere Tweak. Ha, ha, ha. Wie soll ich das alles machen? Kein Weg, Mann. Starbuck hat, wie, sogar Mitarbeiter. Hier ist es nur ich. Der Typ tut mir irgendwie leid. Aber wir sammeln erstmal alles ein. Ich glaube, das Ding ist verschlossen, ne? Mehr Kaffee. Ich brauche mehr Kaffee. Oh Gott. Was ist das? Ah, jetzt? Der Typ ist mir jetzt? Das ist kein Weh, Mann. Es ist viel zu viel zu tun. Wie soll ich das tun tun? Warte, du! Kannst du gehen, die 4 Uhr delivery für mich? Wenn du so, ich kann es hier enden, und dann habe ich noch Zeit. Bitte? Würdest du? Es ist ein Koffein, wie immer. Du, du gibst ihnen das. Sie werden dir die Lieferung geben. Mehr Kaffee. Nehmen wir mehr Kaffee. Okay, ich werde dir helfen. Du Koffeinabhängiger Junge. Bring die Lieferung zu Kenny's Marm. Hm, mal kurz gucken. Where the fuck soll ich das Ding hinbringen? Arm. Ach, da unten bei Kenny. Ah, oh Gott. Wie der Haus, der Arme. Polizei, Barbary, hat was gesagt, Elgore, Millie. Hallo, mein junger Freund. Hier spricht Elgore. Das bin ich, in dem großen Profilbild. Ich rede gerade mit dir. Liebes Tagebuch, heute habe ich einen neuen Fund gefunden. Freund, oh Gott. Er war wirklich nett. Ich hoffe, er mag mich. Alter, Alter. Rechtschreibung für den Arsch. 3D-Brille. Oh yeah, das sieht cool aus. Ah, die sieht noch ein bisschen besser aus. Unordentliche Gesichtspelmalung. Retro. Ne, mir gefällt die Träger noch ein bisschen. Klingonenbart. Nehmen wir den. Sie sehen richtig männlich aus. Ich gebe dir einen guten Preis. Ah, cool. Durak. Durak. Das brauchen wir alles nicht. Emo-Perücke. Die könnten wir aber gebrauchen. Und schwarze Ei leider. Waffenaufsätze, toter Vogel. Wow. Das ist echt bitter. Kaufen wir trotzdem alle Gegenstände. Wir sollen ja die Sets vervollständigen. Und wozu soll ich das ganze Geld sonst noch benutzen? Ja, wenn Leute mit mir mit mir ein bisschen schlagen, dann kommen sie meistens auf deine Telefonen. Ach. Ach, Butters, du Arme. Ach, cool. Das hat sogar funktioniert. Und so kommt man einfach mal zum geschlossenen. Äh, ja, was ist das jetzt eigentlich? Safe Storage? I don't know. Hm. Gehen wir das irgendwie auf? Naja, anscheinend nicht. Schade. Muss man später wahrscheinlich hin. Ach, du Scheiße. Ja, ich gehe sehr stark davon aus, dass hier später noch eine Rolle spielt. Ah, da oben war noch eine Tasche. Ah, ich weiß gar nicht, wie ich da überall hinkommen soll. Truck Rentals. Ah, da ist hier sogar drin. Oh, was ein Arsch. Hä? Betrunken. Was tollwürdig die Ratte. Was? Oh mein Gott. Jesus. Oh nein, er ist nicht da. Ich habe es gerade irgendwie zu spät gepeilt, dass die Ratten da auch noch kämpfen. Verdammt. Verdammt. Nochmal nicht geschafft. Ha, perfectly. Blöde Ratte. Das hat mir meinen armen Butters angetan. Oh Gott, ich bin angewidert. Oh Gott, ich bin angewidert. Verdammt. Ganz schön blutig, wenn da man auf den Leichnam wieder legt. Obdachloses Kämpf umgesiedelt. Ah ja. Alles nehmen, aber Heidrank ist voll. Wie mies ist denn das? Ah, und da kommen wir wieder nicht weiter. Aber, wir könnten Richtung Farm gehen. Do it yourself, Vale. Slaughter time between six... Boah, wie... Wie übelst. Die armen Kühe. Ich dachte, das war der Sinn der Sache. Hm. Tut mir leid, ihr Kühe. Oh Gott. Ach, da muss man den Sensor anbringen. Geil. Das war jetzt mehr Lack als alles andere. Abgesperrt, die Scheune. Und dahin geht's auch nicht weiter. Dann müssen wir wieder zurück. Erst mal kurz gucken. Wo wir denn noch die anderen Teile aufstellen sollen. Hm. Ah, am See. Und wo war jetzt das restliche Ding? Da sagen wir mal Token. Poster abholen. Bla. Ah, ich muss mal bei der Quest gucken. Da, da, da. Schweinebärmann. An Brandgefahrmesser. Am elektrischen Transformator. Token. Ersthaft, wo zum Teufel soll man das finden? Ich sehe hier nur den Mr. Slave. Kenny. Token. Und sonst... Haben wir nur da hinten das Ding. Toll. Na gut, vielleicht finden wir es noch auf dem Weg. Irgendwann. Irgendwo. Die Bettler an sich sollen wir ja auch noch... ...umsiedeln. Timmy. Ja, warum kann ich eigentlich nicht da runter rennen? Ohne Witz. Ha, geht doch. So, oh, ja. Da geht's nicht durch. Sind wir wieder im Häuserviertel. Und es wird geplündert. Arrm. Oder auch nicht. So, bei wem sind wir jetzt da? Oh, Mr. Slave. Oh, yeah. Slave's Paket abgeliefert. Herbeirufen bekommen. Eine Palsche. Awesome. Der hatte ein recht riesiges Haus, der Ekel. Oh, Mrs. BGA? Ankerbart. Überall ist immer 12 Uhr. Was zum Teufel. Da ist doch eine Tasche. Ja, geht doch. Zerrissen. Na, zerrissen das Kondom. Uah, eklig. Mal schauen, was er in seinem Garage findet. Oh, mein Gott. I never want to see this. Auf dem Spielplatz. Die kleinen Kinder. Ich bin der Pirate King. Ich bin der Pirate King. Alles klar, Ike. Ich klau mir trotzdem mal irgendwas, was ich hier finde. Leider nicht sonderlich viel. Komm, play hide and seek with us. You're it. Ach, wie gemein. Sechs Kindies, äh, Kindies finden. Boah, sechs ist ein bisschen viel. Wäre da nett. Vor allen Dingen darf ich jetzt circa wieder alles nach durchsuchen, um die zu finden. Das kann natürlich nur bei den Frauen hinein. Ist ja klar, ne? Jedenfalls mal noch eine Aufwertung verfügbar. So, stürmender Bulle bekommen wir noch nicht. Perfekte Durchschwung verursacht verringerte Abwehr bei allen übrigen Feinden. Hm. Weiß nicht, irgendwie... Sind die Fähigkeiten ein bisschen lahm. Für meinen Geschmack zumindest. Naja, wir ziehen mal weiter. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Und wir lassen uns direkt mal... Zu Cartmans? Nein, nicht zu Cartmans. Wir gehen hier lang. Ich glaube, nämlich durch... So, unten ging es nämlich nicht weiter. Natürlich, mein Kleiner. Machen wir. Aber jetzt sind wir erstmal... Jetzt sind wir erstmal wieder in der Nachbarschaft. Willkommen in der Nachbarschaft! Ja, willkommen, willkommen. Schade, abgesperrt. Dann gehen wir doch erstmal hier rüber. Ach, nein, Moment, da ist ein Pokémon... Äh, Puckel... Yeah. Und Feuer! So, jetzt müssen wir den richtig platt machen. Du kannst mich nicht schmerzen! Komm schon! Und... So, der Beschützer muss weg. Ba-bam! Butters, your turn. Und Butters ist da. Don't forgive me, douchebag! No problem. Now we do it. Come on, you little bitches. Das war's schon. You suck! Ja! 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 Schade. Schade. Was mache ich denn da für ein Quatsch? Mann, muss ich echt mich mal heilen. Ah, nehm mal ein kleines. Und schalten den aus. Come on Last attack Bam Uh diesmal gab es 12 Punkte Nice Wir sehen uns hier wieder im nächsten Part Bis dann Leute